Da sind wir auch wieder Ohne Pause, ich hab jetzt nicht gekocht, ob mit der Qualität alles in Ordnung war Ja, du rollst den Berg runter Warte, ich muss noch meine Outer City Okay, weiter geht's dann Outer City? Ich hab das gerade alles ohne Outer City, weil... Nee, ich mach das mit Outer City Das gefällt mir besser Ja, das ist aber... Also noch Chair als nächstes Du machst aber mit Outer City das nur deine Stimme oder was? Ja, ja Das kann ich halt anpassen Das ist aber sehr schwer, das alles jedes Mal drüber zu schlagen Synchron zu kriegen, ja Jungs, mal sei doch Ja, gleich, ich bin noch am Ende Lecker Kaffee und Kuchen stehen Ja, mehr, mehr, mehr Nachem explodieren Also auch nach Cerno Ja, ja, aber lass mal außen rum gehen Ja, ja Die Anzeige wird langsam auch rot Also von Ungar Hä, was? Was? Wo? Bist du tot? Ich nicht Wer ist tot? Ich weiß nicht, wer da schießt, das ist das Problem Deswegen guck ich anders Wo seid ihr? Wer hat denn da geschossen von euch? So, jetzt bin ich auch wieder da, aber wo seid ihr? Wacht, renn mal einfach weiter nach Folgt mir doch einfach Hier Ich folge den Strom So, ich steh auf Up und renn Steh auf Seither Jungs Ich bin hier Ich weiß nicht, ah, das ist so hier Das ist so hier, Rolf So hier ist einer Aber da sind seid ihr unten links links Also die anderen zwei, okay Oh, ich brauche ein Blutpack, sonst ist mein Bildschirm weiterhin so grau Ja, wir gehen nicht ein Organisieren Das hesslich Das kriegt man ja Augenkrebs von Chris, Chris, Chris ist auch nicht mit Paincaller weg Nein, nein Nein, nein Weiß also, wie ich muss das gleich mal was fressen, sonst bin ich auf Vormann Boah, alles ist so anzieht Ist der Back immer noch das den Zombies nicht ins Krankenhaus können, wenn die Scheiben kaputt sind Keine Ahnung Noch nie gehört Ich auch nicht, wenn man da drin voll chillen Halt sich interessant an Warum bist du schneller mit deiner Crowbar? Nein, ich will unbedingt Blut haben Deswegen renne ich so schnell Die Tage wiegt jetzt weniger, weniger Blut Das ist doch logisch Hast du eher drin, 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 das ist doch logisch Nein, das ist doch logisch Aber das ist lustig Wir müssen mal schnell rennen mit einer Achse oder so Dann auf die Hände gucken Die sind total hässlich und sieht aus, als hätte man das Handgelenk gebrochen Händen ist ein Auto Wartig, Ferngläser Ein gutes Auto Wie wird so ein Symbol zum rotes? Wo? Wo? Seht kein Auto Er müsste eh jetzt weiter da in die Mitte, weil sonst rennen wir komplett außen rum Ja, wir laufen einfach Ich glaube euch hinterher Macht das Wartig, glaubst du, kaputt ist es Wartig, glaubst du, kaputt ist es Was kann FPS Einbrüche, alter Schweden Das ist nur ein Kaputtes Aber jetzt, äh... Feuer machen Kann ich jetzt wieder, ne? Ach, das stimmt, das sagt wieder Ja, stimmt, dann kann ich auch wieder Fleischbrennen und durchgeben Ja, nur, ich hab' die Taschen, was zum Essen gebraucht, so ganz so Ob, genau, jetzt, wir alle so warten Ist, Dietmar Food, Adam, kommt man auch, äh... Äh, ja, Platz dazu Ungefähr so sechs oder siebenhundert Hat noch jemand irgendwie was zum Trinken? Ja Trinken kann ich dir einen Rucksack tun, warte Ja, mach mal Ich chill ihn mal Ich hab' irgendwie das Gefühl, dass es bei mir immer verpackt ist mit der, mit dem, äh... Ja, ich hab' vier Zum Braten Ja Dann hol' ich mal Ja, ich hab' noch ein Hantiken-Messer dabei, also es kann, äh... böse Leute, es kann, äh... Keine Leute Ich muss, äh... Ich muss erst im Wald trennen und das... Aber, äh... Ich muss erst mal ein paar Sachen Wenn man nicht erst mal wirklich weiterkommen, bisschen Ja, erst mal bisschen was zum Futtern, dass wir hier wieder was in meiner Tasche drin Ja, ich geb' dir mal was in deine Taschen Wenn wir, wenn wir jetzt nicht mal so ruhig, krass Ruhe haben sollten wir es auch nutzen Und, reich bringen und so weiter Ich hab' dir Pasta auch reingetan, ne? Ja, ne? Wo sind meine Bohnen? Ja, Pasta, uh... Ich will Bohnen Okay, baked beans Ja, genau, ich will ein bisschen rumfurzen Ja, ich hab' nur noch Ja, Rolf, wo der Stuhl hin Ich muss im Wald trennen Rennen Rennen rum Rennen rum Rennen rum Das, was lustig ist, dass wir Jetzt hab' ich Holz Äh, was? Scheiße, da... Hab' ihr aufrecht geschaffen, ihr Deppen? Ihr Deppen Was aufrecht! Tanz, Rolf, tanz! Der, 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 der Ey, seid ihr wahnsinnig? Ich freu' ich gleich die Aktion im Kopf Hey, wie soll ich den ersten Mutieren? Wie soll ich den ersten Mutieren? Ja, klar Geballerts immer drum, wer ist das? Du mit der Crowbar ist das gewesen, ne? Ja, ich hab' Rolf abgeschossen, hier bei der Crowbar Ja, ja Jetzt wird Holz ausfährt Jetzt komm' hier ein bisschen ums Feuer setzen zu reden Halt aber richtig hinsetzen, bitte! Zack! Ja, ich muss ja braten, ne? Boah! Ich bist so wahnsinnig Hehehe Hast du dich so gelähnt? Wo ist das Feuer? Noch nicht an So, ich sag' das Ah, das ist diekter Und ich seh' ich nämlich nicht deswegen Oh! Geil! So hinsetzen und stimmen Ja, aber die Grafik ist echt ganz schön Wann kommt denn jetzt, da ich braten kann? Du musst einfach draufgehen Ja, ich leg dich auf dem Gesicht da rein Ah, da jetzt, cook me Ist es schon warm? Angenehm? I still burn Ah, heiß, heiß, heiß Oh, ich lieg's vollkommen mit nem Gesicht drin Ich leg einfach mal jeden was in den Rucksack Da, und dir auch Da, und dir auch Da, aber einfach rein Einfach rein damit So, und du hast ja noch Wo könnt ihr mich? Ich hab noch Gebuch des Ästen Können ja anlassen Das hab ich jetzt hier alles drin Na, dann können wir erstmal andere Leute anlocken Und, äh Die dann erschießen Ah, das fällt eh nicht so auf Nein, nicht wirklich Leute Leiter gehen kommt Ja, lass mal an, dann können wir das von Weitem sehen Wie man das so sieht Nicht wirklich, ne? Erst in der Nacht glaub ich eher Na, in der Nacht zieht alles glaub ich ziemlich Aber wohl doch, man zieht schon ziemlich Wie viel Uhr ist es eigentlich, das müssen wir eigentlich bald mal Nacht werden, oder? Na, ich hab mir extra die Server als Favoriten gemacht, die nicht so schnell in der Nacht werden Sehr schön, ne? Sehr schön, ne? Weil es ist schrecklich in der Nacht Ja, ja Noch so viele sein, als in der Nacht kann gar nichts Also wirklich gar nichts Also wirklich gar nichts Wo ist einfach nur Jill-Miller? So mein Blut ist rot, so ein bisschen, mein Trinken wird grad ganz schön rot und mein Essen mit langsam rot Ja, ist alles auf, alles grün Alles grün Alles grün Alles grün Und Hey, was hat die einfach mehr vorbei? Was soll der Scheiß? Ach so, scheiße Jetzt fühle ich mich betrogen von euch Ja, komm, wir warten auf dich Ah, Alter! Was bist du bescheuert? Nicht auf mich wieder grau, weil es ist wie nicht Blut Geh noch drauf, bring dir Und ich sage dir Keine Sorge, ich hab noch irgendwie 6 und 2 Sparta ziehen Wenn du jemanden hier die Knochen brichst, dann musst du ihn auch tragen, das ist klein Ich hab gar kein Magazin Ich lad mal meine Crowbar nach Das sieht so lustig aus Oder halt eine Straße, Leute, behalt euch Beeilung Beeilung Die Straße läuft uns weg Die Straße läuft uns weg Die Straße läuft uns weg Wir haben so wenig zu essen Beeil euch Und gar nichts zu trinken Aber wir heben ganz schön die Zeit vom Durchschnittsleben Ja Muss ich schon sagen, das ist weg Ja, ne? Durch Mike ebenso oft wie der gestorben ist, neu gespawnt ist Setze das natürlich alles runter Oh, cool, das ist ne Map Wir sind jetzt Ey, guckt euch mal das Bild an hier Guckt euch mal genau das Bild an, guckt mal den Typen da an Oh, sexy Der wackelt Der wackelt, motherfucker Okay So, Elektro, links Toll, hätte man nach links müssen Jetzt können wir den ganzen Weg zurücklaufen Ich gehe nur noch Tscherno Tscherno oder Elektro Könnt ihr das lesen? Das obere ist Elektro und das untere, keine Ahnung Dann lass mal gerade auslaufen Ich weiß nicht Oh, hier haben wir Vorfahrt Wir haben Vorfahrt an der nächsten Kreuzung Das heißt, wir hätten Vorfahrt vorm Zug Ja, genau Mit Vorfahrt vorm Zug Mh Habe ich auch schon oft gesehen Jetzt steht da ein Vorfahrt an der nächsten Kreuzung Deswegen hab ich mich grad gewundert Wenn es jetzt hier auch noch steht, dann haben wir nämlich wirklich Vorfahrt vorm Zug gehabt Ah, hier ist in Achtung zu drücken Sie eine Richtung muss aufpassen, die andere drüber fahren Ja, die haben die Minuten machst du pro Part Oh, weil es ist noch nichts Das mache ich jetzt durch Fretz Wie viele Parts das mal schneidet Also und so immer sechs Minuten pro Part und nämlich mal zwei Oder sind so ein wenig Bei uns also und dann so zwölf bis 16 Minuten Oh Gott, jetzt kommen Du hast daneben geschossen Ich hab's auf Band Jetzt hast du ihn sehr schön Und da kommen direkt Er ist Ich bleibe bei euch, so ein bisschen Nee, ja, ist schwierig Ich bin bald hier Ja, der Ball hat nach vorne rum Ja, der Ball hat nach vorne rum Ja, das war schon ein Moment Sie sind tot, wir können weiter Nee, von rechts kommt noch ein Wollen wir bitten da lang Ja, richtig, wir wollen noch nach Ciano Wir laufen einfach, es ist egal, wo wir hinkommen Ja Wir haben das groß genug, ne? Ja 225 Quadratkilometer, also Ja, richtig Hab ich gut gelernt Ja Ja Ja, weil wie das Meer, begrüßen Hallo Also erstmal ein bisschen Salz Basket zu trinken Erstmal ein bisschen Salzwasser trinken Hamm, 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 Hamm Ein Mann, was dabei Ja, toll Ja, toll Mann, Komm, ich erschieß dich mit meiner Crossbar also wir sind kurz vor Tscherno und Zombies denn, oh fuck Leute ich bin weg wo 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 ich rede in den Wald ja komm, ja hier lang geht's auch noch Tscherno ja gut trifft sich gut, hast du gut gemacht ah nicht hinlegen steh auf und lauf wo bist du? im Wald? in die kleine Straße rein richtig einfach die Straße wir schießen da wieder aufgemacht zwei kommen noch, zwei kommen noch, dann war's das ja, das war's der letzte auch weil, du kriegst du hin oh, das ist das, das ist mit knapp dann wird Zombie oh, sehr schön das kannst du auch mal gucken, ob die irgendetwas haben seid ihr? wir sind hier im Wald hinter die deutschen Wald Wolf 4 noch weiter lang sind wir sofort in Tscherno ja wird dann laufen wir mal nach Richtung Tscherno noch da gibt das mindestens ein am liebsten sein was ein 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 Krankenhaus oder ja da ist ein Krankenhaus und auch seltsam müssen wir dann wissen wo das ist ja ich weiß das gut dass wir hier Leute dabei haben die sich ein bisschen auskennen ich hab nämlich keine Ahnung und so sie stücken weil ich das wollte dass man gutes Versteck wir können auch demnächst mal sehr viel besuchen oder ja welches verfehlt wir haben uns das kleine oder das große das kleinere würde ich eher sagen er hat das klar beim großen da sind Granatenwerfer und so Granatenwerfer Kanar die mir jetzt nein aber da wird man voll schnell ja das sind viele deswegen aber da können wir uns mal außenrum pirschen und gucken ob jemand nach Fischer Tante ja ne sind da sind sonst immer eigentlich Sniper die da rumcampen richtig wenn wir da hinten rumlaufen also bisher habe ich auch schon ein paar Let's Plays dazu gesehen und auch eine wirklich gute richtig geile Gruppe die hatten alle Kamuflage der Kamuflage und sonst was und Prozent sind dann verreckt ich bin zweiter und da hinten ist das Krankenhaus ach ich glaube das hast du kommentiert kann es sein ich bin die Welt ist auch kann kann sein dass ich das kommt ja ich habe mich auch als er aber doch doch immer an habe ich kommentiert ja ich bin schon das aber schon was länger her da jetzt will ich mal langsam wieder langsamer laufen Mieter hat zu lernen weil so cool ist so als kleine nahe ich gebe ich mit dem Platz kommt bevor das was muss ich erst in meine Stange nachladen hatte das ist das was ich nur als bei mir bringt das irgendwie nix wenn ich das nachhaltig ist nur trotzdem noch mal werden so beurte wie dort auf muss Gott war nur noch traurig wie ist aus dem Land und zu betrachten sind Stangen und Axel Maria immer und endlich mit der Wesen Hecker Ok weiter geht's. Wer legt die hier? Lass mal auf den Warten Eine Leiche Nee, hab ich gut drauf Einfach so, weil meine Makarov auf einmal weg war So, ich würde mal sagen, noch so 20 Minuten nehmen wir auf, weil ich dann die Festplatte voll hab Ja, ich bin für dich auch, dass ich so irgendwie... Warum steht eigentlich, wenn ich die Crowbot benutze, oben drin Hack 999993 Hack Ach so, steht da auch Das 999... Äh, ist die Munition Ah, ok. So, jetzt hab ich auch was gegessen So, mir geht's wieder gut. Mir fehlt ein bisschen Blut, aber sonst geht's mir gut Du hast jetzt gerade gegessen. Hast du Fleisch gegessen? Ja Vielleicht ja, gut, dann hast du ein bisschen... Da hinten ist das Krankenhaus Seht ihr's da? Ja, bei mir fängt es langsam zu ruckeln In der Stadt hier, komischerweise Ach, hier, hier in diesem tollen Gebäude bin ich gekillt worden, setzen mal da Da hab ich jemandem beschrieben, wo ich bin Und dann war hinter mir einer mit einer Achse und hat mir die Achse über den Kopf gezogen Das hab ich schlecht erzählt Aber da hinten das Gräude, wenn ihr zoomt Ja? Das ist das Krankenhaus Also, das ist vielleicht vielleicht... Das weißt du, oder welches? Genau geradeaus durch Ach, ich glaub, ich setz mich mal zu dir So Ich beschreib mal Welche Farbe? Gräulich jetzt schon, weil's alt aussieht Ist es das mit den Containern vorne dran oder links? Ja, richtig Ah, okay, dann weiß ich welches Dann ist es ja wirklich hier gerade durch Was? Container? Ja, das sind so rote Container vorne dran Also, du siehst doch hier dieses kleine Haus mit dem Tanker Und dann geradeaus hinten durch Das ist direkt dahinter? Ja Und rechts daneben ist so ein Schornstein und da ist das Militärlager Ja, da findet man auch gute Waffen Gut, dann Observieren wir mal das Ganze, okay, da sind wir auf dem Markt? Ja, richtig Ach, so ist er immer, ach, so ist er dann nicht da Ja Ja, dann setzt er uns mal zu ihm Und warten auf ihn, müssen Und sie sind beleidigt, dass wir nicht auf ihn warten Ja Monique, hier liegt doch noch im Moment Nein, nein Wir können dann machen wir ein bisschen Die Alkohol-Leiche Von dem wird es aber auch so nicht finden Ja, genau Und wenn du vorbeiläufst und auf einmal steht da Open Patrol Pack Oh Oh, da liegt einer Oh Oh Oh, AFK John was killed Ja, ich lag auch mal so in einem Eck Also wirklich so, dass man mich eigentlich nicht erkennen könnte Und war kurz AFK und dann ist wohl ein Zombie da